Genau, am leichtesten, muss man auch einfach dazu sagen. Also gab es bei Genova schon eine Zeit lang, jetzt Speed auch nachgezogen, ist schon sehr hilfreich. Ja und hier haben wir Kenji Tamane als erster Starter für Team Kanada. Unterschwung, Honma. Sehr kontrollierter Rückschwung, Healy. Diamidov, Felgen in den Winkelstütz. Schweizer. Wieder Unterschwung, Stämme in den Handstand. Halbe Drehung. Moy Stämme. Stämme vorwärts, Doppelseite, genau in den Stand, Doppelseite vorwärts. Da hat es ein Eisblock. Mö 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 Untertitelung des ZDF, 2020